Herzlich willkommen zur Welt der Werkstoffe. Mein Name ist Professor Bonnet. In diesem Video werden wir uns weitere Bezeichnungen für Stähle anschauen. Nachdem wir im letzten Video die Bezeichnung nach Verwendungszweck und Eigenschaften, also Gruppe 1, kennengelernt haben, wollen wir uns als nächstes die Gruppe 2 anschauen. Die Kurznahmen der Gruppe 2 werden in fünf Untergruppen unterteilt, die sich hinsichtlich des Gehaltes an Legierungselementen unterscheiden. Es erfolgt eine Einteilung in erstens unlegierte Stähle mit einem Mangangehalt kleiner 1%, zweitens unlegierte Stähle mit einem Mangangehalt größer 1%, drittens legierte Stähle mit einem Legierungsgehalt von kleiner 5%, viertens hochlegierte Stähle mit einem Legierungsgehalt von größer 5% und schließlich fünftens die Schnellarbeitsstähle. Die Kurznahmen nach DIN EN 10027 Teil 1 bestehen wie auch bei den Stählen der Gruppe 1 aus Haupt- und Zusatzsymbolen, wobei für die unterschiedlichen Stahlgruppen unterschiedliche Regeln für die Bildung gelten. Für die Schreibweise der Kurznamen ist zu beachten, dass die Kennbuchstaben und Kennzahlen ohne Leerzeichen fortlaufend aneinandergereiht, die Kennzahlen für die Legierungselemente jedoch durch einen Bindestrich getrennt werden. Starten wir mit der Untergruppe 1 für unlegierte Stähle mit einem Mangangehalt von kleiner 1%. Die Hauptsymbole sind C für Kohlenstoff und eine Zahl, die dem Hundertfachen des mittleren Kohlenstoffgehalt entspricht. Zusatzsymbole geben Hinweise auf den Verwendungszweck oder den Schwefelgehalt. So bezeichnet zum Beispiel C70D einen unlegierten Stahl mit 0,7% mittlerem Kohlenstoffgehalt zum Drahtziehen. Wann immer Sie also eine Werkstoffbezeichnung sehen, die mit einem C beginnt, wissen Sie, dass es sich um einen unlegierten Stahl handelt, immer gefolgt von dem Hundertfachen des mittleren Kohlenstoffgehaltes. Als nächstes wollen wir die Gruppe 2, unlegierte Stähle mit einem Mangangehalt größer 1% und 3 legierte Stähle zusammenfassen, da sie denselben Regeln unterliegen. Die Kurznamen werden durch folgende Hauptsymbole gebildet. Eine Zahl, die dem Hundertfachen des mittleren Kohlenstoffgehaltes entspricht, gefolgt von den Symbolen für die den Stahl charakterisierenden Legierungselemente und Zahlen, getrennt durch Bindestriche, die den mittleren Gehalt der Elemente multipliziert mit bestimmten Faktoren entsprechen. Da verschiedene Legierungselemente in unterschiedlich geringen Mengen zulegiert werden, gibt es mehrere Gruppen mit unterschiedlichen Faktoren. Ziel dieser Faktoren ist es, mit ganzen Zahlen und nicht mit Kommazahlen arbeiten zu müssen. Chrom, Kobalt, Mangan, Nickel, Silizium und Wolfram werden mit dem Vierfachen ihres Gehaltes angegeben. Ein Merksatz, der sich an dieser Stelle bewährt hat, lautet, man sieht nie vier weiße Krokodile. Den Faktor 100 bekommen die Elemente Stickstoff, Phosphor, Schwefel und Zer. Leicht zu merken mit dem Satz mit 100 PS nach Zelle. Die anderen Legierungselemente wie Aluminium, Beryllium, Kupfer, Molybden, Niob, Blei, Tantal, Titan, Vanadium und Zirkonium werden mit dem Zehnfachen ihres Gehaltes angegeben. Ausnahme bildet lediglich Bohr mit dem Faktor 1000. So würde sich zum Beispiel die Bezeichnung 13CRMO44 wie folgt entschlüsseln. Es handelt sich um einen legierten Stahl mit einem mittleren Kohlenstoffgehalt von 13 Cent dividiert durch 100, also 0,13 Prozent und einem Chromgehalt von 4 dividiert durch 4, also einem Prozent und einem Molybden-Gehalt von 4 dividiert durch 10, also 0,4 Prozent. Wann immer sie also eine Werkstoffbezeichnung sehen, die mit einer Zahl beginnt, wissen sie, dass es sich um einen legierten Stahl handelt. Gegebenenfalls auch um einen unlegierten Stahl mit einem Mangangehalt größer 1 Prozent. Immer gefolgt von den charakteristischen Legierungselementen. Die Entschlüsselung der hochlegierten Stähle ist im Vergleich zu den legierten Stählen wieder recht einfach. Das Hauptsymbol ist ein X, gefolgt von einer Zahl, die dem hundertfachen des mittleren Kohlenstoffgehaltes entspricht, was wir ja nun schon von den unlegierten und legierten Stählen kennen. Auch hier folgen Symbole für den Stahl charakterisierenden Legierungselemente und Zahlen getrennt durch Bindestriche. Da der Gesamtgehalt an Legierungselementen bei hochlegierten Stählen jedoch mehr als 5 Prozent beträgt, bedarf es keiner Faktoren mehr, sondern die Zahlen geben direkt den mittleren, auf ganze Zahlen gerundeten Gehalt der Elemente an. So entschlüsselt sich zum Beispiel die Bezeichnung X5CrNi1810 zu X gleich hochlegierter Stahl mit 0,05 Prozent Kohlenstoff, 18 Prozent Chrom und 10 Prozent Nickel. Nicht selten kommt es aber auch vor, dass in einer Bezeichnung mehr chemische Elemente aufgelistet sind, als Zahlenwerte für den Gehalt. Das bedeutet, dass der mittlere Gehalt der übrigen Legierungselemente unter einem Prozent liegt und der geringe Wert gegebenenfalls der entsprechenden Produktnorm für hochlegierte Stähle, häufig die DIN EN 10088, zu entnehmen ist. So würde die Bezeichnung X6CrMonb171 einen hochlegierten Stahl mit 0,06 Prozent mittlerem Kohlenstoffgehalt, 17 Prozent Chrom, 1 Prozent Molybden und geringen Mengen an Niob nach Norm bezeichnen. Dieser hochlegierte Stahl enthält nach Norm minimal das Siebenfache des Kohlenstoffgehaltes plus 0,1 Prozent an Niob und maximal 1 Prozent Niob. Das heißt 0,52 bis 1 Prozent Niob. Wieso ein Stahl überhaupt Legierungselemente wie Chrom, Molybden oder Niob enthält, werden wir im Kapitel Einteilung der Stähle, hochlegierte Stähle und spätestens im Kapitel Korrosion verstehen lernen. Wann immer Sie also eine Werkstoffbezeichnung sehen, die mit einem X beginnt, wissen Sie, dass es sich um einen hochlegierten Stahl handelt, immer gefolgt von dem 100-fachen des mittleren Kohlenstoffgehaltes. Als Hauptsymbol werden in Schnellarbeit stehen die Buchstaben HS von Highspeed-Steel vorangestellt, gefolgt von Zahlen, die durch Bindestriche getrennt den prozentualen Gehalt der Legierungselemente in der Reihenfolge Wolfram, Molybden, Vanadium, Kobalt angeben. Anders als bei den legierten und hochlegierten Stählen, bei denen die Reihenfolge der Legierungselemente von deren Gehalt abhängt, man sortiert sie mit dem abnehmenden Gehalt, bleibt die Reihenfolge bei Schnellarbeitsstählen immer gleich. Da auch die verwendeten Legierungselemente gleich bleiben, müssen sie nicht mit angegeben werden. Um sich diese Legierungselemente und deren Reihenfolge zu merken, hat es sich bewährt, das Kunstwort Vomovaco zu lernen. Wem dies so abstrakt ist, kann sich auch mit der Frage, wer möchte viel Cola, helfen. So entschlüsselt sich zum Beispiel die Bezeichnung. HS, 2, 10, 1, 8 als HS für Schnellarbeitsstahl, 2 für 2% Wolfram, 10 für 10% Molybden, 1 für 1% Vanadium und 8 für 8% Kobalt. Wann immer Sie also eine Werkstoffbezeichnung sehen, die mit einem HS beginnt, wissen Sie, dass es sich um ein Schnellarbeitsstahl handelt, immer gefolgt von den Gehalten an Wolfram, Molybden, Vanadium und Kobalt. Für die Kennzeichnung mit Werkstoffnummern wurde für Stahl die DIN EN 10027 eingeführt. Für alle Stähle, die in europäischen Normen enthalten waren, wurde eine Werkstoffnummer nach diesem System festgelegt. Die Werkstoffnummern gelten zusätzlich zu den bereits erläuterten Kurznamen. Die Werkstoffbezeichnung nach dem Nummernsystem besteht aus einer fünfstelligen Ziffernfolge. Die erste Ziffer gibt, wie schon gesehen, die Werkstoffhauptgruppe an und lautet für Stahl 1. Die Norm sieht aber auch für alle anderen Werkstoffe, metallische wie nichtmetallische, eine Werkstoffnummer mit Hauptgruppennummer vor. Während für metallische Werkstoffe die Verwendung von Werkstoffnummern gebräuchlich ist, so finden Sie für die nichtmetallischen Werkstoffe, insbesondere Kunststoffe, eigentlich keine große Anwendung. Auf die Werkstoffhauptgruppennummer folgt die zweistellige Stahlgruppennummer und eine zweistellige Zählnummer. Zumindest der Stahlgruppennummer lassen sich direkt wichtige Informationen entnehmen. Für eine vollständige Liste der Stahlgruppennummern mit Erklärung sei wiederum auf die DIN EN 10027 verwiesen. Hier werden die unlegierten Qualitätsstähle beispielsweise weiter in Festigkeitsklassen und die legierten Edelstähle in Hauptlegierungselemente bzw. nach besonderen Eigenschaften eingeteilt. Da diese Zählnummern am Ende der Werkstoffnummer sowieso in Tabellenwerken nachgeschlagen werden müssen und Ihnen keine direkte Information entnommen werden kann, verzichte ich darauf, an dieser Stelle genauer einzugehen. Wie gesagt ergänzt die Werkstoffnummer die anderen Bezeichnungssysteme. Schauen wir uns einige Beispiele an. Der Werkstoffnummer 1.0037 entnehmen wir, dass es sich um einen Stahl und zwar um einen Grundstahl handelt. Diese Werkstoffnummer entspricht aber auch dem S 235JR. Diese Bezeichnung könnten wir entnehmen, dass es sich um einen Stahl für den Stahlbau mit einer Mindeststreckgrenze von 235 MPa und einer Mindestkerbschlagarbeit von 27 Joule bei Raumtemperatur handelt. Einigen altgedienten Praktikern ist dieser Stahl auch noch unter der alten, seit 1994 nicht mehr gültigen Bezeichnung ST 37-2 begläufig. Der Werkstoffnummer 1.0577 entnehmen wir, dass es sich um einen Stahl und zwar um einen unlegierten Qualitätsstahl handelt. Diese Werkstoffnummer entspricht aber auch dem S 355J2. Dieser Bezeichnung können wir entnehmen, dass es sich um einen Stahl für den Stahlbau mit einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa und einer Mindestkerbschlagarbeit von 27 Joule bei minus 20 Grad Celsius handelt. Alte Werkstoffbezeichnung wäre hier ST 52-3. Der Werkstoffnummer 1.4016 entnehmen wir, dass es sich um einen Stahl und zwar um einen legierten Edelstahl handelt. Diese Werkstoffnummer entspricht aber auch der Bezeichnung X8Cr16. Dieser Bezeichnung können wir entnehmen, dass es sich um einen hochlegierten Stahl mit einem mittleren Kohlenstoffgehalt von 0,8 % und 16 % Chrom handelt. Der Werkstoffnummer 1.4301 entnehmen wir, dass es sich um einen Stahl und zwar ebenfalls um einen legierten Edelstahl handelt. Diese Werkstoffnummer entspricht aber auch der Bezeichnung X5CrNi1810. Dieser Bezeichnung könnten wir entnehmen, dass es sich um einen hochlegierten Stahl mit einem mittleren Kohlenstoffgehalt von 0,05 % und 18 % Chrom sowie 10 % Nickel handelt. Dieser erste kommerzielle nicht rostende Stahl ist vielen Praktikern auch unter der Bezeichnung V2A bekannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.